Ich glaube, ich höre dann am nächsten Mal auf, weil ich jetzt wieder bin und ich nicht noch weiter hier im Takt-Zustand weiterhaken will. Okay. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, können wir ja morgen oder sowas, nur noch ein Stündchen oder zwei machen. Oh, ich habe eine Idee. Wir können im Neto eine Pump nehmen, da reichen vier Redstone-Engines, damit die ein bisschen pumpt. Und dann gibt es da so ein Teil, wo man das reinfließen lassen kann, wo das dann in die normale Welt transportiert. So, ist der Endertank. Da können wir es dann für die Magma-Engines benutzen. So, ist der Endertank. Nee, nicht der Endertank. Einfach so ein Gate ist das, wo du... Ha, gay. Dann kommt es auf der anderen Seite wieder raus, als auf der anderen Welt. In der anderen Welt. War meiner Meinung nach nichts, sagt es. Äh, Endertank. Ist jetzt auch geil. Ähm, ja, wie gesagt, von meiner Seite aus, und von meiner Seite aus, das ist jetzt gewesen sein. Das erste, ähm... Das ist die Frage, ich glaube, ich baue das hier noch vollfertig mit der Energie. Ja, ich glaube, ich baue das hier noch vollfertig. Ähm... Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen bei mir, wenn ihr das sehen wollt. Schauen liegen schliebenden Junior vorbei. Ich lieb nicht. Und bei jedem schlaufenen Junior. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Ich glaube, du bist ein bisschen am Arsch, oder? Ich ne, gar nicht. So ganz die Zündung. Yay, keine MFB. Habt ihr was dagegen, wenn ich eine MFB bau? Macht das. Ja, pass auf, wenn das mehr, das braucht, dann mehr, oder kommt zumindest mehr Volt raus, das ist seine, das haut es alles, was anschließt. Was ist das? LV? Ich glaube, MFB. MFB. Ja, aus dem, aus dem, aus dem LV. Ich bin bei SOS, HV, da musst du das transformieren, sonst explodiert alles, was es anschließt. Ich lache schon. Ich lache schon. Das heißt, ich muss nach dem, nachdem Prozent mit ihm muss sich eine LV LV oder MV ein LV-Transformer ja und den ist ja ein LV-Transformer dann ein LV-Transformer okay okay dann versuche ich es mal ja dann wünsche ich euch zwar noch eine schöne Nacht und bis morgen joo bis morgen mach's gut ich weiß immer noch nicht wie das Ding heißt was denn ja das ich tappte einfach mal das Durchkopf oh Atomkraft so dafür brauche ich aber leider vier Diamanten so kann man es natürlich auch ausmachen sein PC ja schon mit dem Ender Tank geht's auf jeden Fall auf wie fertig gesagt ich weiß nicht was das ist wie kann ich denn den auffüllen haben wir eine Ender Perle äh 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 nö glaube ich nicht wie kann ich denn den aufladen was den Energy Crystal gehen wir in ein MFSU oder in eine Bedbox ach in eine MF muss das rein probier's mal irgendwo reinzulegen ich habe ja nix MF haltiges mach's in der Bedbox ne ach so die geht nicht so ja dann keine Ahnung kann auch sein was irgendwo anders sein muss ja ich mach mal diesen LV okay äh da muss ich wieder hoch ich vollidiot hey so was brauch ich jetzt nochmal dafür hab ich schon wieder ganz vergessen Copper das da und das da okay äh wir haben noch ein Copper wir haben noch zwei Copper hast du noch Copper sag mir bloß mit dem Copper im Inventar das brauch ich auch ich brauch nur ich brauch nur ein einziges Copper nein wir haben kein Copper mehr nicht mal ein einziges würd ich mich jetzt verarschen also das sind in einer Kiste war noch eins und in der anderen war noch mal eins also zwei haben auf jeden Fall noch aber wir haben kein Copper mehr ja ja scheinbar denk mich ach nö no ok das ist perfekt gut bei Western Engines ach nö oder dann geh ich mal ne ne nö so geh ich mal kurz auf die Reise weil ich brauche unbedingt ne 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 Ach, der Stocktisch dahinten, äh, weiß ich nicht, sind wir ein bisschen so weit. Ich frage Obsidian. Äh, ja. Und wie viel brauchst du davon? Nicht viel. In der rechten unteren Workbench. Also zwei, vor allem. Eisen, ich brauch kein Eisen. Dann kann ich trotzdem mitnehmen. Uiui. Ich brauche Kupfer. Das Bolle, haben wir Bolle. Ja. Okay. Da wo Erde drin ist. So, was ist das jetzt? Ist das jetzt... Das ist Tin. Oh, okay. Tin ist immer gut. Komm, jetzt möchte ich doch nur kurz die eine Maschine da noch fertig kriegen. Ich muss mich jetzt hier verarschen, hier ist kein Copper. Wir kommen aus dem Nähter immer noch nicht wieder zurück. Ich brauche doch hier, oh Gott sei Dank. Das heißt, ich lege mal alles raus, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Halt mal, ich muss ja wieder zurückkommen. Ich habe ja ein Jetpack. Brauche ich ja. Wie schließe ich das MV an? Kannst du mal...